Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag und herzlich herzlich zur zweiten Folge von unserem wunderschönen City Skylines Lesbay Willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, als ihr wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Chris und ich freue mich tierisch darüber, dass ihr dabei seid. Wir machen direkt da weiter, wo wir in der letzten Folge aufgehört haben. Wir haben hier die ersten Bereiche für unsere Stadt aufgebaut. Wir haben hier unser kleines Industriegebiet. Hier haben wir ein bisschen Stau und die Serie ist natürlich ein bisschen vorproduziert, weil ich mich momentan im Urlaub befinde. Und jetzt lösen wir direkt mal mein Stauproblem, was ich hier habe, auf die einfachste Art und Weise, indem wir hier vorne verbieten, rüberzufahren. Das heißt, die Autos müssen erstmal hier runterfahren, dann hier rüber und können dann in das Industriegebiet fahren. Das ist schon mal Schritt 1, den wir vornehmen werden, um das zu verhindern, dass hier weiter diese Stauprobleme entstehen. Und Schritt 2 wird sein, dass wir hier eine weitere Abfahrt bauen. So, ich habe mich noch nicht gänzlich entschieden, aber ich glaube, wir werden das hier einfach parallel runterziehen. Und zwar werden wir hier mal kurz in die Höhe bauen. Das ist jedenfalls, ob dieser Abfahrt hier auf ewig stehen bleiben wird, weiß ich noch nicht, muss ich sagen. Ne, das ist mir zu weit, so weit soll es sichern. So, das geht auf jeden Fall. Jetzt müssen wir eine Auffahrt bauen. Highway auf und ab haben wir, glaube ich, noch nicht. Ne, haben wir gar nichts. Das heißt, wir brauchen hier mal kurz die Einbahnstraßen. Das ist, glaube ich, zu... Ne, das ist zu kurz. Okay, das würde gehen. Dann gehen wir hier. Na, müssen wir ein Stück weiter weg. Dann gehen wir hier hin, das passt auch. Dann machen wir das so und dann fahren wir... So, ne, das ist nicht symmetrisch, müssen wir eins weiter. Wenigstens versuchen, das ein bisschen ordentlich hinzubekommen. So sieht es doch... Das sieht doch gar nicht mal schlecht aus. Haben wir jetzt mal hier mit drei, vier Klicks eine schöne zweite Abfahrt kreiert. Die wir jetzt hier einfach runterziehen. Und dann einfach hier weiter an die Straße ranfahren. Sehr gut. Und jetzt haben wir die Möglichkeit geschaffen, den Highway hier auch schon zu verlassen und in das Industriegebiet reinzukommen. Hier ist bewusst hier keine Verbindung geschaffen. Ob das später noch kommen wird, sei jetzt mal dahingestellt. Fürs Erste will ich das aber nicht. Und die ersten Fahrzeuge nutzen auch schon direkt die neuen Ein- und Ausgänge. Und das dürfte unsere Hauptstraße hier auf jeden Fall auch sehr stark entlasten. Wenn wir jetzt an die weitere Planung unserer Stadt denken, abgesehen davon, dass wir viel mehr Wohngebiete brauchen, die wir gleich hier hinten einfach weiter ausbauen werden, müssen wir natürlich auch an Hauptverkehrsstraßen denken. Wir haben jetzt hier unsere zwei Einbahnstraßen, die auch weiter so ein bisschen den Kern unserer Stadt erstmal ausmachen werden. Dann hier irgendwo in einem Kreisel enden werden, vielleicht auch erst hier. Und dann wird es einen Turn nach rechts geben in unseren Strandbereich und einen Turn nach links geben. Und dann müssen wir mal gucken, dass wir das alles irgendwie vernünftig verteilen können. Ich hätte auch gerne irgendwie so einen Highway, der vielleicht dann durch die Stadt durchgeht. Das müssen wir uns alles dann mal in Zukunft anschauen. Und jetzt haben wir schon wieder vier Minuten gequasselt und nur eine kleine Straße gebaut. Das heißt, wir müssen uns mal ganz kurz hier um ein paar Sachen für unsere Stadt kümmern, damit wir hier ein bisschen weiter vorwärts kommen. So, wir machen noch einmal so einen Turn mit 400 hier rein. Einfach, weil wir hier eine Straße haben. Und ich verhindern möchte, dass wir zu viele Abschnitte hier auf diese Hauptstraße bringen. Denn das würde ich wirklich gerne verhindern, dass wir hier nicht so Verkehrsprobleme bekommen am Ende des Tages. Und jetzt erhöhen wir die Einwohnerzahl hier erstmal signifikant. Okay, müssen wir mal gucken, ob wir das nachher abreißen. So, das können wir hier hinten rüberziehen, verbinden. Vielleicht machen wir hier auch mal einen größeren Abschnitt rein. Warum nicht? Jetzt untertunneln wir das Ganze mal mit unseren Wasserrohren. Wir bleiben unserem Motto treu, dass wir immer unter den Straßen bleiben. Oder auf jeden Fall, so gut es geht, immer unter den Straßen bleiben. So, und dann noch einmal hier runter. Wasser passt auch noch. Also das ist alles im grünen Bereich. Müssen wir uns nicht stressen. Und jetzt können wir hier auch erstmal weitere kommerzielle Bereiche definieren. Und direkt dahinter dann unsere Behausungen. Immer mal wieder mit kleineren Ladenbereichen dazwischen. Wäre ja immerhin in einer echten Stadt auch so, dass man auch überall so ein bisschen einkaufen kann. Und jetzt steigt auch schon wieder der Bedarf an Industrie- und Bürogebieten an. Und ich würde dieses Industriegebiet gar nicht zu groß werden lassen. Also geringfügig werden wir es auf jeden Fall noch erweitern. Das werden wir auf jeden Fall machen. Noch ein klein bisschen größer können wir es machen. Aber irgendwann sind wir dann auch an einem Punkt angekommen, an dem ich gerne in andere Industriegebiete investieren würde. Und das zeige ich euch jetzt gleich. So, das verbinden wir hier noch. Auch das wird entsprechend mit Wasser versorgt. Super. Und in Teilen schon mal freigegeben. Und zwar bringt mir dieses Industriegebiet nicht so viel, abgesehen von sehr viel Verschmutzung. Ist jetzt nicht so ästhetisch. Und bringt vielleicht auch nicht so unendlich viel Geld. Und jetzt haben wir hier den großen Vorteil, dass wir hier Agrarfläche haben. Und das wird dann auch aller Wahrscheinlichkeit nach unser erstes großes Industriegebiet werden, wo wir dann Ackerbau betreiben werden. Und hoffentlich auch viel Geld verdienen werden. Müssen wir mal gucken, ob wir das am Ende des Tages hinbekommen. Wir haben ja doch schon einiges inzwischen freigeschaltet. Hier ist unser großer Park. Wir müssen aufpassen, dass wir die Funktionsgebäude nicht zu unpassend aufbauen. Dass wir immer die Kontrolle über unsere Stadt irgendwie so ein bisschen behalten. Und nachher die Straßen ausbauen können, weil ich mir gut vorstellen kann, dass diese Straße hier eine weitere wichtige Kernstraße wird, auf der viel Verkehr danach sich bewegen wird. Wir haben ja immerhin diese Einbahnstraßen hier. Und dann wird das mit Sicherheit auch eine wichtige Straße werden. Zumal diese auch genau die Schnittstelle sein wird zwischen unserem Farmbereich und unserer Stadt. Wenn wir hier die Farmen aufbauen, brauchen wir auf jeden Fall eine weitere Autobahn auf- oder abfahrt, weil wir sonst super viel Verkehr hier in die Stadt reinziehen. Und da müssen wir aufpassen. Das will ich nicht unbedingt. So, jetzt müssen wir mal kurz gucken. Okay, hier wird alles fleißig gebaut. Wunderbar. Wir brauchen weitere Schulen, wollt ihr? Wie sieht es denn eigentlich mit den ganzen Versorgungen? Aus Strom passt und Wasser passt auch. So, Gesundheit habe ich. Feuerwehr habe ich. Polizei habe ich. Feuerwehr ist mittlere Gefahr. Da bräuchten wir vielleicht bald noch eine zweite. Und dann braucht man bald eine Oberschule, damit wir den Bildungsstand unserer Einwohner erhöhen können. Was die Bildung angeht, ist nämlich wichtig zu wissen, dass Hochgebildete alle Jobs einnehmen können, Ungebildete aber nicht. Also, wenn man richtig schlau ist, kann man auch auf der Straße arbeiten. Aber wenn man irgendwie keine hochwertige akademische Ausbildung hat, kann man nicht in irgendwelchen komplexen Bürotätigkeiten eingesetzt werden in diesem Game. Das funktioniert nicht. Es dauert dann zwar immer so ein bisschen, bis die Jobs gefüllt werden, wenn man nicht die richtigen Arbeitskräfte hat. Es ist aber trotzdem abwärtskompatibel, nenne ich es mal. Das heißt, wir können unsere Einwohner ruhig richtig schlau machen und es werden trotzdem alle Industriejobs auch entsprechend bestückt. Da muss man sich dann keine Gedanken machen. Jetzt können wir mal kurz gucken, wie wir das hier machen. Wir ziehen hier erstmal im 90-Grad-Winkel in eine Dreckstraße rein. Das machen wir auf jeden Fall. Hier können wir auch dann direkt einmal reinfahren. Und dann müssen wir zusehen, dass wir hier eine Möglichkeit geben, können wir die Straße vielleicht gleich sogar schon upgraden. Ich glaube, das machen wir sogar mal. Schauen wir mal, was wir hier zur Auswahl haben. Industriestraße. Ah, wir haben erst die ganzen Straßen. Haben wir noch nicht, ne? Ne. Das wäre too much. Okay, aber wir könnten die nehmen. Können wir die hier alle upgraden? Geht. Geht. Geht nicht. Geht nicht. Geht, geht. Okay, das heißt, wir müssten hier die Ecke abreißen. Ne, wir machen das anders. Wir upgraden das noch nicht. Obwohl doch, wir machen es. Wir machen es. Und reißen die eine Ecke hier kurz einmal ab. Da können wir nicht upgraden. Das heißt, wir müssen hier mal ganz kurz, mal kurz pausieren. Weg damit, weg damit, weg damit. Jetzt nehmen wir die Straße, machen eine Kurve rein. Haben die Straße wieder fertig. So, wo ist meine Dreckstraße? Hier. Die ziehen wir wieder runter. So, und jetzt bestücken wir die Sachen hier wieder. Okay, super. Sehr schön. Und jetzt haben wir das. Jetzt haben wir hier schon mal die etwas breitere Straße weit getreten, damit wir im späteren Verlauf nicht das Problem haben, dass wir hier nicht upgraden können und den Verkehr nicht mehr händeln können. Ich glaube, dass das keine schlechte Idee ist und wenn es nach mir geht, würde ich, glaube ich, sogar schon die Straße einfach durch upgraden, dass wir das schon mal soweit haben, weil ich kenne mich. Ich vergesse das nachher wieder und jetzt erkennt man schon so ein bisschen den Hauptverkehrsfluss. Man kann sich natürlich überlegen, ob man das auf der anderen Seite jetzt auch macht und dann vielleicht früher oder später doch hier eine Verbindung schafft. Das wollen wir zum jetzigen Zeitpunkt aber noch nicht machen, weil ich da nicht zu sehr mich zum Opfer des Verkehrs machen möchte. Jetzt brauchen wir ein Industriegebiet auf jeden Fall. Niemals hier, hier, hier. So haben wir das. Jetzt können wir gleich noch ein Viertel drüber legen und zwar aus folgendem Grund. Das, was ich als erstes gebaut habe, ist das Industriegebiet, welches man mit dem City Skylines Industries oder heißt es, glaube ich, Industries DLCs hier hinsetzen kann. Indem ich jetzt hier quasi dieses Hauptfarmgebäude hinsetze, erkläre ich dieses Industriegebiet hier zum Industriegebiet für Farme. Jetzt habe ich auch direkt die ersten Felder bekommen und jetzt habe ich hier natürlich diesen, diese Zone noch drüber gelegt, die wir für die Stadtviertel hier auch benutzt haben und jetzt definiere ich das Gebiet hier auch noch als Farmgebiet und jetzt habe ich den Vorteil, dass ich hier zum einen, ich pausiere mal kurz, die Gebäude aus dem Industrie-DLC reinsetzen kann und ich kann das Ding auch als Industriefläche definieren und dann wachsenden, entstehen hier auch Farmen, sodass das alles ein bisschen, ich sage mal, authentischer aussieht. Das wollen wir am Ende des Tages ja auch haben. Jetzt können wir hier mal kurz Wasser schon mal hinziehen und müssen mal ganz kurz einen Ansatzpunkt für Strom hier rüberziehen. Das können wir nachher natürlich alles auch wieder ein bisschen verringern und anpassen. Wir brauchen es aber fürs Erste erstmal, solange das hier alles noch nicht vernünftig zusammengewachsen ist. Gut, haben wir das. Genau, hier wächst weiter unsere Stadt. Hier können wir nochmal direkt einen Block für Einwohner freigeben und dann sollte das auch alles ganz gut aussehen, glaube ich. So, jetzt hatten wir kurz einen Cut drin. Oh, leichte technische Probleme gerade. Mal gucken, ob ich noch einen Cut reinmachen muss. Ich hoffe es jedenfalls nicht. Okay, scheint, glaube ich, wieder zu gehen. Auf jeden Fall können wir das dann hier einheitlicher machen. Sorry für die leichten Verwirrungen hier in Folge 2. Und jetzt werden wir hier mal die ersten Gebäude einsetzen, weil dieses diese Obstplantage, so wie sie aktuell noch heißt, will natürlich gelevelt werden. Und das können wir machen, indem wir hier erstens Rohstoffeinheiten produzieren und Arbeiter hier beschäftigen. Aktuell können wir hier bis zu 50 Arbeiter beschäftigen. Die sind alle hier in unserem Hauptgebäude beschäftigt. Und jetzt gilt es entsprechend... Oh, nächster Meilenstein. Den gucken wir uns gleich an. Und jetzt geht es darum, hier Arbeitsfläche zu schaffen. Und das machen wir jetzt mal, indem wir hier die ersten, ich sag mal, fünf Felder direkt mal hinsetzen. Ich hätte die gerne alle gleich, dass es schön aussieht wie ein riesengroßes Feld. Weizen, Weizen, Weizen. Und ich glaube, das letzte wird ein Treibhaus. Das sieht ganz gut aus. Und jetzt sieht man direkt hier, dass wir jetzt nicht mehr 50, sondern in der Lage sind, 150 Arbeiter zu beschäftigen, weil wir entsprechend die Felder angelegt haben. Jetzt können wir noch mal kurz gucken, wie breit die Felder hier sind. So. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Und jetzt können wir, wenn ich das Richtige habe, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Das heißt, wenn wir hier hochfahren, hoffe ich, dass ich mich jetzt nicht verrechnet habe. Wunderbar. Können wir da auf die andere Seite auch Felder setzen, die übrigens gar nicht mal so billig sind, mit 4.000. Und hier ein riesengroßes Getreidefeld erzeugen. Und das machen wir jetzt auch. Das sieht doch wunderschön prächtig aus. Gefällt mir sehr schön. Und hier ziehen jetzt die Arbeiter hin. Hier wird Getreide erzeugt und damit können wir dann im Endeffekt mit Import, Export und mit der Herstellung von weiteren Fahrern auch viel Geld verdienen. Also alles wirklich eine coole Sache und bietet auch viele Möglichkeiten. Und das Ganze gibt es dann für viele verschiedene Bereiche auch noch. Auch für Erzöl und für Forstindustrie. Forstindustrie ist übrigens das Einzige, was man selbst erschaffen kann, indem man hier Bäume hinmalt. Ganz wichtig, ganz wichtig zu erwähnen. Also wirklich eine coole Sache. Leider glaube ich, dass ich meine technischen Probleme heute irgendwie nicht in den Griff bekomme. Tut mir wirklich, wirklich sehr leid. Ich habe hier gerade ein paar Bugs mit meinem Aufnahmetool und ich möchte ungern die Fortschritte der zweiten Folge jetzt zum Fenster rauswerfen. Das heißt, ich würde für heute die Folge wirklich bei 16 Minuten schon beenden und in der nächsten Folge dann leider erst weitermachen. Tut mir wirklich sehr leid, dass es heute ein bisschen kürzer zu Ende war. Ich muss mal gucken, ob man die Folge vernünftig benutzen kann oder ob wir hier auch technische Probleme dann beim Aufnahme hatten. Ich hoffe es jedenfalls nicht und wünsche euch bis dahin erstmal einen wunderschönen Tag. Bis dahin alles Gute. Ciao. 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 Ciao.